ich habe eine geile decker hier dabei bei mir im team die sieht sehr ähnlich aus wie ich vom von den farben her wir passen richtig krass zusammen rolexander junge und wir haben den selben namen rolexander und schlimmes gadget eben mein support gewesen und alex mix ist es hatten wir gerade eben auch im team also als die lobby abgebrochen war alex mix okay die alte ist hier am pushen was war das hat die jetzt schaden bekommen ich habe jetzt eine gadget bei mir also auf der lane mit dem tünnblast mit dem tünnblast aber der tünnblast macht nichts also irgendwas ist hier schon wieder ein busch bei denen jetzt dann einfach mal so zu spät weiss ich nicht wie man wie man die dinger wirft also gadget ist glaube ich ziemlich useless gegen grim grim ist so einer der kann richtig geil sein oder kann richtig scheiße sein je nachdem wer der gegner ist weil ihre mine kann mir gar keinen schaden machen jetzt okay die macht ganz viele minen jetzt fährt mein staubsauger los und ich komme jetzt nicht ins zimmer mhm shit oh boah decker hilf mir doch fucker wot ähm warum hat denn die decker nichts gemacht oh jetzt stirbt kalari noch oder nee schade dass sie den nicht mehr bekommen hat rilax in account des armen enemy von 0,75 sekunden ja genau das ist vielleicht das armen dass er keinen schaden mehr macht kann auch sein kann auch sein oh hier war ein dialer ist jetzt ich hab kein verkommen oh jetzt sind leider fünf jungen boah 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 ob das hier ach so da ist sie oh ne oh ne also decker ist ein aggressiver support und die bringt fast nix wenn die also um wirklich zu supporten bringt die nicht viel die alte die trifft halt auch kein stun aua hmm also die runde ist sehr tricky hier boah oh decker alter wenn da mal ein stun kommen würde wäre halt geil oder ein wort irgendwas irgendwas was ein supporter halt macht alter hhhhh hhhh hhh 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 hh 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 h Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß nicht, was ich tun soll. GDFO jetzt. GDFO. Kann ich mal ein Watt stellen? Ich geh jetzt mal selber ein Watt stellen. Oh Mann. Ja, wir sind alle tot. Ein Mann noch mehr. Wow. Wo sind die alle hin? Die Runde ist lost. Yes. Die machen den Raptor gerade. Nee. Alter. What the fuck? Ich hätte die Ultdaut ja ewig. Serious Hatterist da ja im Stink. 180 Kunde, 3 Minuten. Von Greystone? Ja. Ja. Und sogar mehr, glaube ich. Cool down. Der ist ja jetzt aber 171. Sind ja zehn Sekunden vorgangen. Also meine Decker ist nicht... Die weiß, glaube ich, nicht, wie man supportet irgendwie. Die... Ich habe noch keinen Stunt von ihr gesehen. Irgendwie gar nichts. Also, als wäre ich alleine. Das ist ein bisschen wack gerade. Will ich haten oder so, aber... Irgendwie passiert da nichts. Was machen die jetzt? Komm auf die Morigash. Ich dachte eigentlich, wir wollten einen Raptor-Arm machen. Und die hier am Deathballen. Die Runde befriedigt mich hier nicht, Alex. Nicht so cool. Wie deine Mama. Boah, putzelt die mich weg hier. Was ist das? Der trifft ja auch keinen Stun. Gar nichts. Yo, alter. Der Dome. Die kann mich nicht heilen. Die kann gar nichts. Ich weiß nicht, was ich mit der Decker machen soll. Die Stunt nix. Ja, das ist ja ein Chimera. Geil. Eine Alli-Tower ist unter attack. 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 Die Alli-Tower ist unter attack. Wie ist das für ein Dome-Tower? Wie ist das für ein Dome-Tower? Ein Stunt nix? Wie ist das für ein Dome-Tower? Wie ist das für ein Dome-Tower? sehr anstrengende runde macht auch keiner den raptor oder so wir können also nicht durch wenn die den mast dann würde hier den twin blast aber sie macht nichts du kannst nichts ich kann nichts machen das ist mir auf den kopf gesprungen sollen wir mal raptors machen ich habe wenig leben eigentlich dumme idee die alte gebäck von den gegnern ist die schlecht wir müssen raptor worden die machen den save ja keine ahnung die machen den halt grad leute ich hätte gerne ein team was mit mir spielt haben wir ein jungler wo wäre es unser jungler habe ich noch nie gesehen ich habe sie einmal gesehen also hier ist ganze der ganze jungle hier ist voller camps die macht hier gar nichts ja das abend macht irgendwas der kann aber weiter ja geil ich bin tot denn reprennen drei leute bei uns im jungle rum also ich habe keinen support ich habe keinen jungler ich habe keinen mit laner hier ich bin komplett ich bin komplett alleine auf der lane also wenn ich für auch noch von der lane rechts weg gehe dann haben wir gleich keinen in it mehr aber da wo sind die denn die sind hier am t2 spielt hier noch irgendjemand mit oder bin ich hier alleine ich bin hier alleine ging drei leute oder vier mitte 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 ich habe keine leben mehr ist ja schön dass das links der t1 noch steht und während hier die anderen die nips schon gemacht werden ja gravestone ist halt gott was soll ich sagen ja alter die anderen die anderen machen raptors ja die anderen holen die kills ja was fiedet ihr denn hier rum ich fiede überhaupt nicht steht 33 aber ich bin alleine auf der lane ich habe keinen jungler ich habe keinen mit laner ich habe keinen supporter hier gar nichts ja keine ahnung und das hier ist die raptor lane normalerweise müssen wir hier sein damit wir die raptors machen können an allied tower is under attack an allied tower is under attack gosh allied tower destroyed destroyed ja hauptsache alle gehen auf die offlane jungen ja ich weiß auch nicht was ihr da alle wollt ja ich weiß nicht was die alle wollen kalari macht so schön sein jungle hier kalari war noch nicht ein einziges mal ja wow akamara macht halt die ganzen viecher alleine und dann sie kommt dann sie hat er die dritte gar nichts Hä, was ist das? Mach doch mal was. Ich brauche mal irgendwie Live-Leader. Meine Jump-Leads mehr. Habt ihr da jetzt keinen Tod bekommen? Ich bin ja alleine. Hä, war doch 3 gegen 2 grad. Alter, ich bin doch hier alleine. Die scheiß Gadget-Decker, die macht doch kein Damage. Die Decker macht gar nix. Die haut sogar aus einem Meter Entfernung ihren Stunner hin. Die trifft keinen einzigen Stun, die, Alter. Die Rapsol vielleicht wieder ab. Von hinten. Mal hingehen. Ich mach hier einfach einen Slow-Push. Ja. Aber rechts ist, ja okay, jetzt ist wieder einer tot von uns. Kommt der, deren Chimera ist nicht da. Ja. Ja. Nice. Geht da. Immerhin mal einer. Die rechts kurz steffen oder anpushen. Ja. Leute, Junge, Decker weiter sein Stunner. Die wirft ihn über die ganze Map aus Pfannen, Junge. Die trifft ihn nicht ein einziges Mal, dieses Ding. Das ist so frustrierend, mit dir zu spielen. Ich bin tot, ich bin tot. Ich mach den Chimera. Scheiße. Boah, schön. Cameras ripped. Komm, 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 komm. Yes. Egal. Der Twinblast fällt. Boah, geil. Jetzt pushen. Irgendwas pushen. Äh, Attack mid oder so. Oder Attack links. Nee, der Gideon ist schon links. Okay. Okay. Ja, dann hätten wir Prime machen müssen. Gleich wieder ab. Da rechts kein Slowpush? Rechts müsste auch Slowpush gewinnen sein, oder? Mach mal schnell einen. Rechts ist Slowpush für die Gegner. Gideon stirbt dort gegen die Lappen. Der Lappen. Muriel ist richtig wack. Wow. Wow. Die Muriel stirbt. Hör, wo kommst denn du hierher? Sag dich hierher. Ist auf einmal aufgetaucht. Da kommt ein Slowpush. Na, mach. Und der Lappen hat sich gesagt, hat Gideon verliert, der Lappen. Das sah aber gerade eben mal kurz gut aus für den. Hat er wahrscheinlich einmal eine Metroa getroffen. Ja. Aber Mori ist auch tot. Mori. 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 Moriel. Moriel, das wär's. Einfach so eine Mori Gash, die sich irgendwo hinultet und gleichzeitig... Oh ne, Chimera. Oh ne. Und zu dir? Komm mal in den Jungle. Komm mal in den Jungle. Ja. 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 Komm, stun ihn doch. Hier und hier. Stun ihn doch, Alter. Oh, Ficker, ey. Alter, jetzt macht ihr ihre Ults. Auf den Toten. Auf den Toten. Wird ja kein Mana mehr. Also den Original-Grim fand ich besser. Die, äh, Mechanik hier ist ganz cool. Aber die ist mir zu anstrengend zum Spielen. Hier ist ein Typ hinter mir. Fack, 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 der kriegt mich. Ich hatte keine Ults ab. Ich trottel. Du trottel. Nein, okay, ist auch noch tot. Toll, was ist denn das? Na los, Kalari. Geh da rein, Digga. Es sind gerade alle in so einen Stase-Stein gefallen. Ja, das hat Getschit scheinbar. Die hat Stase und alle, die in uns sind, die gehen mit den Stase. Verstehe ich gar nicht. Gar keinen Sinn. Ja, okay, die holen jetzt unseren T2. Aber links oben unser, äh, deren, äh, Inip kriegt Damage. Also vielleicht haben wir Glück und die müssen zurück. Geh mal rechts, Stefan, du. Ich bin auf dem Weg. Wir lassen den T2 fallen. Uh, das sieht gut aus, links oben. Ja, ja. Ja, ja, wir haben ein Inip. Wir haben einen Inip bekommen. Ja, ja, geil. Jetzt dürfen die nicht auch einen bekommen. Ich bin auf dem Weg. Ja, was ist die denn da? Ringen. Okay, die gehen weg. Nein. Schön, dass dann. Warum Cade stimme ich denn? Boah, hier ist ein Chimera. Alter, geil. Jetzt ist hier ein Staubsauger reingefahren. Sollen wir hier pushen irgendwie? Ich hab die, Frau. Sehr geil. Boah, Alex. Das ist ja nicht gekratzt, das Junge. Alter, mein... Hier ist ein Staubsauger in mein Zimmer gefahren. Ich muss den mal kurz rausschicken wieder. Boah, Mitte, Mitte, Mitte. Ich geh weg. Geht weiter, geht weiter. Ja, ja, ja. Ich kann nichts kaufen. Doch, ich könnte eigentlich nichts kaufen. Inip lebt noch, aber grad so. Ähm. Nein, du scheiß Minions. Raptor sind wieder... Äh, on. Amin, amin. Scheiße, der... Mein Staubsauger fährt über mein Headset-Kabel. Los, geht hin, komm. So, ich hab ein... Ich brauch noch eine Zaugen. Ich bin am Zocken. Äh, Raptors. Attack, Camps, Raptors. Ich bin da. Nein, die kamen alle. Geh dran. Huch. Alter, wie geil. Was war das denn? Nice. Hier, lass irgendwas starten. Rechts, hier. Ja, rechts, rechts, rechts. Oh, shit, Alter. Der Chimera. Ich komm da so nicht drüber. Na, ich geh unten lang. Okay, sehr gut. Ja, ja, ja. Die sind bei mir drin. Ekelhaft. Die ist ja ekelhaft, Alter. Wow, was ist hier wieder los? Du hast tot, Alter. Digger, ich treff sie nicht. Komm, jetzt hier durchpushen, komm. Wir leben ja, oder? Egal. Hast du keinen Live-Leach oder Live-Rack? Ich hab's doch gerade... Oh, ich mach schon. Nee, hab ich nicht. Doch, hab ich ein bisschen. Mal gucken. Lass es drücken. Ich hab 3000 Gold, aber lass den Tower holen. Den Inhip, den zweiten. Dann hab ich. Ja, links geht durch. Dann müssen wir es eigentlich haben. Den Steffen, Deffen! Einer kommt wieder. Ich hab vier Punkte, wollen wir die blitzig hier. Einfach reingehen. Naja. Ich mach Ballermodus an. Alter, knallig mich. Ich bin dran. Hab ihn. Oh, Twin, komm. Ja, der Twin macht mich. Oh, fuck. Okay, das... Das war... Ein bisschen wack, was wir da gemacht haben. Vor allem Kalari ist nicht da. Geh mit. Ja, lauf, lauf, lauf. Ähm. Was kann ich denn jetzt hier kaufen? Das da? Lass mal gucken, was meine Items machen. Critical Chance, Lifesteal. Increase... Excess Health from Lifesteal becomes a Shield. Up to 20 per Hero Level. Ah, dann krieg ich ein Shield, wenn ich mehr Lifesteal hab. Pinpoint Accuracy. Gain critical Damage. Basic Attack C is 6% of your targets current health. Ah, das ist gegen Tanks. Dash forward. Hier, das ist ein Dash. Wie kann ich... Ah, hier. 7, 3, 6, Junge. Ich bin der Üze Gott. Ich hab hier noch ein Dash. Ja, geil. Deren Innip ist wieder da. Oh, nee. Immer an Mobile-Ficken. Ja, aber... Also, die machen... Die machen... Die machen Prime. Ich lauf zum Prime. Zum Gideon. Alter, macht der Schaden? Geil, ich hab Live-Leach. Nimm den Primus. Ja, ich hab hier dranbleiben sollen. Ein Enemie hat geblasen. Ja, geil. Ich hab die Fatte. Dass du bei der überhaupt hinterherkommst, Alter. Als Bracestone. So, GTFO Level 3. Und tot. Boah, ich geh die mich zu drinnen, Junge. Nicht richtig tot kriegen. Krank. Ah, die sind zurückgeportiert. Offensive, glaub ich, Digga. Oh, ho, ho, ho. Macht der Bock, Greystone? Beste. Ja? Nein. Weil da war schon geil. Ich krieg der geiler Ronny-Champ, Junge. Genau, das richtig für mich. Verspringen. Wir sind in deiner Mitte zwei. Pass auf, Mitte da. Das sind alle. Geh nicht rein. Giff, schieß von oben, wenn dann. Ne. Ja, auch bald Full-Bild. Bei denen seine Stapfen durchs Gras klingen, auch wollte ich. Von mir? Ja. Wir müssen mal die Raptors treffen. Ja. Ich hab hier nicht so'n Speed-Buff manchmal. Komisch. Ja, soviel dazu. Oh, shit. Oh, shit. Oh, das... Na, die laufen weg. Da kommt der. Komm her weg. Geht wieder weg. Ich bin tot. Der klebt so an einem dran. Das ist... Ich hab mich richtig catchen lassen. Oha. Ja, Moriga, schuld. Okay, wohl doch nichts gemacht. Scheiße. Laufkala... Ah, scheiße. Die Kalari hätte jetzt nicht sterben dürfen noch. Jetzt dürfen die keinen Tower fallen lassen. Oha. Ja. Vor allem, die haben den Twin Blast noch dabei. Oha, wie oft die das schießen kann. Geil. Phantom Blade. Active Space Attacks on Enemy Heroes. Die 10% auf der Movement Speed. Das wär mega geil, das Ding. Da kommen die gar nicht mehr weg. Wie heißt das? Phantom Blade. Ach so. Irgendwas anderes. Physical Penetration, Physical Power and Codon Reduction. Nehme ich auch mit. Ja, geil. Mach ich noch eh ein Offensive Item? Herrlich. Herrlich. Wunderbar, Bremer. Wenn ich es auf einer Vollkriege. Der Severok ist schon Level 17. Und er ist 16. Wenn ihr den kriegt. Hinterher. Wenn wir jetzt hier pushen. Bleib mal hier, Alex. Bleib mal hier. Lass mal hier pushen. Wir brauchen einen Tank. Das ist kacke, dass es nicht markiert ist, was ein aktives Item ist und was nicht in der Leiste. Alter, wirft doch den Sun mal mit. Stopp der. Geh rein. Oh. Da hinter uns. Ja, geh mal auf Trimblers, Alter. Ich bin, ich muss hier gegen den Chimera kämpfen. Egal. Double kill. Oh, nis. Ein Alli has been slain. Boah, krass. Mori, gefläm dir Sonic. Was? Wo? Egal. Wir müssen, wir müssen pushen. Gut. Pushen, pushen. Ja, ja, okay. Alles gut. Die kann, ne, die kann nix. Die kann nix. Enemy Tower destroyed. Gleich. Alter, was für ein Schild. Na, das ist ja geil, das Ding. Der hat doch irgendwas aktiviert, Junge. Hä? Oder ist das die Reinkarnation? Können die da nicht mehr angreifen? Was denn? Ja, wenn der wiederkommt, dann kann der nicht mehr angreifen. Aber, aber er kommt halt wieder. Ja, ja. Rechts müssen wir eigentlich noch durch. Können wir rechts noch irgendwas machen? Ja, ich komm von hinten. Ekelhaft. Ich meine, ich mir erst nach jemanden ausgesprochen hat. Wie kann man, wie macht man, ach hier, warte mal. Ja, alert, retreat. Wir können Prime holen und wir können, ähm, das andere Ding holen. Gleich. Raptors sind gleich on. Ich hab 3700 Dollars. Firing. Okay, rechts ist Slowpush. Was? Boah, der kriegt auch immer mehr Leben, der Raptor. Das ist schon krass. Wie du einfach immer vom Himmel gefallen kommst, Alter. Wie so ein griechischer Gott. Fünf Punkte. Boah, Alter, sechs Punkte, Junge. Ich hab gleich, ich hab, ich hab, fünf Punkte bekommen dadurch. Ja, ich hab schon 24. Ich geh mal kurz shoppen, dann müssen wir mal rechts durch. Ja. Kann nichts mehr kaufen, weil ich noch so einen Bogen hab. Was, kann ich denn verkaufen? Wie kann ich was verkaufen? Ähm, mit Cell anklicken und mit Cell unten. Okay. Oh, Prime. Wir sollten uns Oh Prime treffen. Ach, die haben den gerade. Ach, du Scheiße. Ähm, was ist das für ein Item? Warte mal. Physical Penetration. Ja. Mal groupen. Lass mal nicht rechts pushen. Ich hab da einen Slow Push gemacht. Wir merken die nicht. Ja noch. Ja. Okay, ein Item. Dann, dann bin ich Vollbild. Oh, der wird wieder ein Stunt verschwendet. Wecker? Ja. Wo seid denn ihr alle? Wir sind hier auf die Midlane. Jo. Lass dir groupen. Wo ist denn hier der scheiß Kalari schon wieder? Der Gra... Der... Der Dings Chase den Gideon. Jo. Den holen wir uns. Da, der ist irgendwo. Da. Nehm uns. Oh, der Cage, Alter. Schase. Hab den. Hab ich auch. Äh. Ja, bei mir. Ja. Scheiße, krieg ich nicht mehr. Okay, einfach pushen. War gut. Ich muss steffen. Ich geh rechts. Ich geh rechts pushen. Kalari wieder instant zum Platzen gebracht, Junge. Der kleinen Ficker. Kalari? Jo. Da hab ich gleich instant rausgenommen. Mit irgendwen zusammen. Hä? Seit wann haben die Gegner Kalari? Hä? Ganz Zeit schon. Kamara? Äh. Kamara, ja. Ich dachte grad, hä? Wir haben doch Kalari, oder nicht? Wo bleiben die Minions? Kommen. Noch 10 Sekunden. Was sagt die? So, renn jetzt hier, Clem-Lixer. Einfach rauf. So hab ich. Yes. Wow. Yes. Aua, aua, aua. Alter, kein Mara. Ja, halt ihn fest. Alter, geil. Yeah. Guck dir mein Leben an. Guck dir mein Leben an. Wo bist du denn? Ah ja, geil. Ich hab keine Ultraser. Ist alles dauernd. Ich kann da nicht rein, Alter. Ich krieg eine Schockwelle ab. Geil. Geil. Oh, geil. Oh, geil. Ge-Carry die Scheiße hier, Junge. Alter. Nice. Jetzt komm mal hier, der Gideon. 10, 10, 10. Alter, selbst Kalari war ja useless, as fuck. Na gut, die war auch nie da. Oh, 10, 10, 10. Ja, Gideon. Ich hab's noch nicht viel mitbekommen, aber er hat scheinbar was gemacht. Warum hat denn der Kalari nur 4, 9 von diesen Punkten da? Ja, weil der nirgendwo teilgenommen hat wahrscheinlich. Kriegt er auch nichts. Oh, misch. Okay. Mal gucken, was da so. Vielleicht kriegt man von diesem Raptor-Zeug nur was, wenn man auch teilnimmt. Das wär auch mal cool. Ja, aber es wär für ein Off-Laner dann auch wieder unfair. Ja. Toll grad. Der andere Off-Laner kriegt ja auch nichts. Ich hab'n Prime-Orb bekommen. Ich nur ein scheiß Common-Orb. So. Geht's was futtern? Ich habe schon.